So, heute ging es mal raus aus dem Ruhrpott, aber nicht in den Krüger Nationalpark, sondern nach Rosendal zum Autoraus Voss. Hier am Autoraus fand wieder das alljährliche Old und Youngtimer Treffen statt. Neben den Fahrzeugen der angereisten Gäste, konnte man auch einen Rundgang durch das Unternehmen machen. In den Räumen standen dann auch zahlreiche chromblitzende, seltene und kostbare Oldtimer. Autos, Motorräder, Modellautos und Gebrauchsgegenstände aus vergangenen Zeiten zählen zu den Ausstellungsstücken. Musik 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 Der Besuch war interessant und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wer mal in der Gegend ist, sollte hier auf jeden Fall mal vorbeischauen. So, das war es dann auch von meiner Seite. Viel Spaß noch beim Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik